Haltet euch fest, oh mein Gott, das ist ohne Spaß die beste Box, die ich jemals gesehen habe. Und zwar hat er bekommen aus dieser Box drei Brawler, und zwar... Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, ich habe heute mal ein sehr, sehr freshes Thema für euch vorbereitet. Und zwar eine Serie, die ihr bei der ersten Folge extrem, extrem hart abgefeiert habt. Und zwar eure besten Brawl Boxen. Aber bevor wir dazu kommen, was die besten, beziehungsweise was eure besten Brawl Boxen sind, vergesst auf jeden Fall nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Wäre auf jeden Fall mal mega nice, wenn wir bei diesem Video 1111 Daumen nach oben schaffen würden. Und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ist sehr, sehr wichtig, Leute, denn dann verpasst ihr kein neues Video. Und schreibt mal einen Kommentar, was eure beste Brawl Box war, beziehungsweise was euer bester Pull, also was ihr als allerbestes aus einer Box bekommen habt. Und noch eine weitere Sache. Und zwar kam ja gestern ein Video, wo es ein neues Gewinnspiel gab, und zwar zu dem Thema, ich helfe euch, Genie zu bekommen. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Ansonsten könnt ihr es hier oben nochmal ganz kurz auschecken. Da hat mir einer in die Kommentare geschrieben, was mir danach erst aufgefallen ist. Ich habe vergessen, vor allem im letzten Gewinnspiel die Gewinne einzublenden. Das heißt, ich blende die jetzt hier nach und nach im Video ein. Schon mal herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den ersten Boxen. Ihr könnt mir gerne auch schon mal jetzt fürs nächste Video auf meinem Instagram-Account, den Namen, den blende ich hier nochmal unter mir ein. Dort frage ich immer danach, dass ihr mir neue Boxen zuschicken könnt, beziehungsweise dort nehme ich die ganzen Boxen, die ihr aufmacht, an. Und dann habt ihr auch mal die Chance, in ein nächstes Video von mir zu kommen. Das heißt, freut mich auf jeden Fall mal auf Instagram. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem allerersten, der mir ein Bild zugeschickt hat. Und zwar war das der smn.flg. Auf jeden Fall schon mal Grüße gehen raus an dich. Er hat geschrieben, hab dein Video zu den guten Boxen gesehen. Das habe ich aus der Megabox bei dem 5 Euro Angebot bei Level 15 bekommen. Und er hat da einfach mal, ihr seht es hier gerade, Frank und Pam freigeschaltet. Ist auf jeden Fall mal eine ultra, ultra nice Sache. Zwei neue Brawler aus einer Kiste. Und dann auch noch Frank und Pam. Ich muss sagen, Frank ist ja mein momentan... Ich weiß nicht. Doch, er ist eigentlich immer noch mein Lieblings-Brawler. Und Pam, auch ein sehr, sehr starker Brawler, spiele ich auch wirklich echt gerne. Und die beiden aus der Box freizuschalten, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Gefühl, muss ich sagen. So, der nächste Kandidat ist der Tobi Arnold oder der unterstrich Tobi unterstrich Arnold. Und er hat mir ein Foto geschickt und er hat geschrieben, habe ich aus einer großen Kiste gezogen. Hat mich mega gefreut. Und er hat einfach mal Piper und Pam ganz easy freigeschaltet aus dieser großen Kiste. Ja, Grüße gehen raus. Also die zwei Brawler würde ich auch ganz gerne mal aus einer einzigen Kiste. Leute, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Brawler bekommt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zwei Brawler aus einer Kiste bekommt? What the fuck, was geht da? Und wir holen schon direkt zu dem nächsten. Und zwar... Jetzt kommt schon mal direkt ein krasser Kandidat. Und zwar ist es der Moe, der unterstrich Moe 1110. Und er hat mir einfach heute geschrieben, ich hatte mega Luck mit drei Lachsmilies. Und dann, Leute, haltet euch fest. Oh mein Gott, das ist ohne Spaß die beste Box, die ich jemals gesehen habe. Und zwar hat er bekommen aus dieser Box drei Brawler. Und zwar Frank, Pam und Leon. Alter! Holy Moly, das ist ja immer so krank. Also, dass man Frank bekommt, ist ja schon ein geiles Gefühl. Dass man Pam bekommt, ist auch ein cooles Gefühl. Und dass man Leon bekommt aus einer Box, das ist das Gefühl, also, da habe ich einen Herzschlag von 360. Und die alle drei aus einer Box, aus einer Box. Was geht bei dir ab, Bruder? Wie kann man nur so ein Glück haben? Moe oder Moritz wahrscheinlich. Grüße gehen raus. Mein Gott, ey. Ist ja immer wieder komplett eskaliert bei dir. Okay, und der nächste Kandidat ist der Sevi-079. Und er hat mir auch ein Foto geschickt. Und zwar hat er einfach mal easy Spike bekommen. Und Spike, Digga, Spike kann man sich auch auf jeden Fall mal gönnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben zwar schon eine echt krasse Box gehabt, aber trotzdem, Spike ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Weiter geht es dann jetzt auch mit Nova-1-Alex. Und zwar hat er mir auch ein Screenshot geschickt. Und zwar hat er auch aus einer, wahrscheinlich, Mega-Box Piper und Mortis bekommen. Auch mega, mega geil. Und dann hat er auch noch geschrieben, dass er Spike bekommen hat. Und zwar Spike aus einer normalen Brawl-Box. Ist zwar ein bisschen doof, dass du bei Spike nicht auch noch einen Screenshot gemacht hast. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch, dass jetzt Piper, Mortis und Spike, drei extrem coole Brawler, vor allem Mortis, jetzt nach dem neuen Update, beziehungsweise nach dem Balance-Chain. Das ist richtig, richtig stark geworden. Muss ich sagen, spiele ich auch in letzter Zeit mehr als sonst. Und Leute, jetzt kommen wir direkt zu dem nächsten Bild. Und da ist es auch mal wieder komplett, es ist wieder komplett eskaliert. Und zwar hat hier ein Typ von, ich glaube, es war Brawl Stars Reddit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat erstmal geschrieben, er hat 99 Cent auf eine runtergesetzte Brawl-Box. 99 Cent, Leute. 1 Euro für eine Mega-Brawl-Box, beziehungsweise für eine Mega-Box. Die kostet ja manchmal ein bisschen weniger. Und er hat für diese 99 Cent einfach die ultimativen drei Brawler bekommen. Und zwar einmal einen epischen Brawler, einen mythischen Brawler und einen legendären Brawler. Leute, das sind die drei besten Raritäten. Besser geht's doch gar nicht, dann von allen Raritäten, allen drei krassen Raritäten, einer. Und zwar einmal Piper, Tara und Spike. Und das für 99 Cent, Leute. Es ist mal so eskaliert bei ihm. Also ohne Spaß, das hätte ich auch mal ganz gern. Ich stelle euch mal vor, ihr seid so Free-to-Play-Spieler. Habt euch so ein paar Gems aus den kostenlosen Brawl-Boxen zusammengesammelt. Da kriegt man ja auch immer mal ein paar Gems raus. Denkt euch so, ah ja, cool. Hier ist es gerade eine Mega-Box im Angebot für umgerechnet 99 Cent. Kaufe ich mir die doch einfach mal. Und dann es eskaliert es so komplett und ihr kriegt so drei neue Brawler. So, wer rechnet damit? Allein die Wahrscheinlichkeit, dass man drei Brawler bekommt. Drei, Leute, drei Brawler aus einer, aus einer Box. Alter, ist doch mal mega krank. Und auf geht es, Leute. Auf geht es zum nächsten Kandidaten. Und zwar ist das der Kandidat, wo ich am Anfang gesagt habe, das überspringen wir mal. Bei ihm ist es auch, äh, bei ihm ist es auch komplett auseinandergegangen. Und jetzt, Leute. Jetzt kommen wir zu dem Kandidaten, bei dem ist echt Hopfen und Malz verloren. Also echt jetzt, also bei dem weiß ich echt nicht mehr, was man da noch anderes machen soll. Und zwar habe ich dieses Bild auch bei Reddit gefunden. Und bei dem ist es ohne Spaß, das ist so komplett eskaliert. Und zwar hat er einfach mal aus einer kostenlosen Brawl-Box Crow und Spike bekommen. Alter. Crow und Spike, zwei legendäre Brawler aus einer Brawl-Box. Ich will auch. Bitte, Supercell-Gott, bitte, gib doch jetzt, äh, gönn doch jetzt mal. Also, höh, okay. Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt ohne Spaß die krassesten Boxen. Also ich glaube, so eine kranke Folge hatten wir beim letzten Mal nicht. Wenn ihr nochmal Bock habt auf solche, die besten Brawl-Boxen, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal es in die Kommentare, dass ihr das Ganze nochmal sehen wollt. Also ich feiere solche Boxen wirklich, beziehungsweise solche Videos immer extrem. Einfach mal dieses Lack von den, von euch, von euch Zuschauern. Das ist echt unglaublich. Bitte gebt mir doch mal ein bisschen was von eurem Lack ab. Ich will auch ein bisschen mehr Lack haben. Denn vor allem, wenn jetzt bald Genie kommt, den muss ich haben, Leute. Ich muss der erste YouTuber sein, der Genie bekommt. Und ich würde sagen, das war es, wie gesagt, mit dem Video. Checkt gerne die Videos aus SandCut aus. Lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Euer Clash Games und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.